Hallo, ich hatte mir gerade einen Kaffee gemacht. Ich bin der Andreas von Pele Mele und wir machen seit fast 20 Jahren Rockmusik für Kinder und haben schon sehr, sehr oft in der Gemeinde gespielt, beim Sommerfest, beim Weihnachtsbasar. Aber dieses Jahr geht das natürlich nicht, weil wir alle aufpassen müssen, dass sich die Krankheit Corona nicht verbreitet und Menschen krank werden, die sich selber mit ihrem Immunsystem nicht mehr dagegen schützen können. Deswegen spielen wir dieses Jahr leider nicht in der Gemeinde. Aber wir waren fleißig. Wir haben eine neue CD aufgenommen. Die kommt nächstes Jahr im Frühjahr. Und an jedem Advent gibt es ein Live-Konzert von Pele Mele im Internet, auf Facebook, auf Instagram, wo wir ein paar, vielleicht auch neue Songs spielen. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Jahr spätestens zum Sommerfest wieder in der Kulturkirche. Das würde uns sehr freuen.